Hallo Leute und Willkommen zu einer weiteren Folge von COD Warzone und heute spielen wir das neue Update und zwar von der Mai Season angekommen, Armored Warrior 2.0, gehen wir direkt rein, ja es ist einfach nur so mit so Panzer rumfahren und den Panzer müssen wir upgraden und als letztes ankommen. Also du spawnst jetzt und jetzt bekommen wir direkt einen Panzer. Ich markiere ihn mal direkt. Dort, das ist unser Panzer. Und wir können jetzt erstmal nach Geld suchen und dann können wir den upgraden. Alter, warum fährt der direkt los? Hallo, bleib doch mal stehen. Brudi, hallo. Junge, der fährt einfach mit dem Panzer weg. Ah ok, er ist stehen geblieben. Ähm, warte, warte, noch nicht wegfahren. Nicht wegfahren. Guck mal, du kannst hier hinten, hinter dem Fahrzeug kannst du hier Upgrades holen, aber du brauchst erstmal Geld. Und Geld kannst du überall finden. So, ich kann direkt mal so ein Geschütz hier anbauen. Äh, Smoke. Oh, geil gemacht. Ey, jetzt können mehr Leute in den, in das Fahrzeug rein. Ich hab grad das geupgradet. Jetzt ist das Teil auch so gepanzert. Jetzt kannst du hier auch so ein Geschütz an, genau, mit dem Geschütz rumfeuern. Na komm, steig ein. Guck, der hat jetzt auch nochmal ein Geschütz angebaut. So, steig ein. Oh, er hat nochmal ein Trophysystem angebaut. Geil. Und ein Engine Upgrade. Steig ein. Ja, steig doch bitte ein. Hallo. Danke. So, äh, wo gehen wir denn überhaupt hin? Ich weiß nicht mehr. Fahren wir erstmal ein bisschen rum. Oh, warte, hier sind Gegnerne, hier. Gleich ein Dreierteam. Können wir mal gucken. Oh, los, Feuer, Feuer drauf, Feuer drauf. Oh, verdammt, Alter, das Teil geht gleich kaputt. Also, am besten jetzt hier nochmal. So, und am besten ich fahre weg. Oh, schnell weg mit dem Vorzug. Oh, schnell weg mit dem Vorzug. Junge, mein ganzes Teil ist kaputt. Ich glaube, ich muss das schnell reparieren. Warte mal. Äh, ich kann's gar nicht reparieren. Hat jemand ein bisschen Geld? Wir haben eine Armourbox hier. Oh, gut. Reparieren. Jawohl, er hat das Teil repariert. Geil. Aber die Gegner sind da noch. Schnell mal da halt hin. So, einer tot. Wir gleich den Zweiten, kommen wir. Gut gemacht, gut gemacht. Jawohl. Steigen wir gleich aus. Nehmen wir hier das Geld. Oh, gut gemacht, Jungs. So will ich das dort sehen. Kann ich gleich upgrade? Ähm, nochmal Trophi-System und noch Armourbox. Da, da saßen welche. Hier in dem Haus. Da, der, der fährt. Der läuft, der läuft. Er ist, er ist tot, er ist tot. Warte, ich geh kurz runter. Bleib, bleib kurz stehen. Scheiße. Mein Fahrzeug hat mich ausgeschaltet. Nein, die haben Prezi aktiviert. Oh, ihr seid alle tot. Das war's mit euch. Scheiße. Leute, kommt hier her. Kommt hier her. Kämpft ihr jetzt wirklich gegen diesen scheiß Panzer? Warte, da ist einer ausgestiegen. Ja, come on. Der hat mich so hart gefickt. Okay, ich geh in den Panzer. Nein, der Panzer ist gleich tot. Okay, nee. Raus aus dem Panzer. Alter, hier sind gar zwei Panzer. Schnell zum Low-Dot. Okay, ich hab mein... Ich hab mein Low-Dot. Kapiss dich. Ich bin noch nicht mal aus dem Haus, Alter. Warte nochmal. Ich bin grad so überfordert. Hier fahren 500 Fahrzeuge hier rum. Ich weiß nicht mehr, wohin. Ja, warte. Äh, ich kann hochklettern. Ich kann hochklettern. Auf ihn? Geil. So, er ist tot. Unten ist, glaube ich, keiner. Hier fährt immer noch so ein Panzer rum. Aber den... Okay, der bleibt jetzt irgendwie da stehen. Ja, er ist down. Schnell in Deckung. Schnell in das Haus. Da fährt wieder ein Embrap. Oh mein Gott, dieser scheiße Panzer. Hier ist noch ein, äh, Gegner. Okay, der... Der Gegner ist tot. Ja, der hat mich schon gesehen. Ja, ich steige schon ein. Okay, wir können uns schnell ein Panzer holen. Und dann... Sind wir wieder... Back. Einer kann ja mal so ein Embrap holen. Hallo? Einer hat doch... Hier, hier, ähm... Karl, Karl, kauf hier ein... Panzer. Karl, hier, bei der... Station. Panzer holen. Wie geht... Wie geht... Du hast 15.000. Ach, scheiße. Warte, dann gib mir das Geld. Gib mir das Geld. Scheiße, die Zone kommt. Ach so, die Zone kommt. Schnell. Steig ein. Deswegen ging es nicht. Weil die Zone kommt. Fuck. Äh... Dorthin. Oh, das wird knapp. Oh, mein Gott. Wie knapp das war. Wir wären fast gestorben. Weil unsere... Weil die Zone verfolgt uns jetzt so hart. Naja, mach mal da drauf. Die werden jetzt so hart gefickt. Da ist noch... Oh, scheiße. Ein Panzer. Schnell hoch. Oh, fuck. That's a big tank. Scheiße. Fahr, 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 fahr. Da ist... Da oben ist auch noch ein Panzer, Alter. Was wird's? Ey, wir sind von so vielen Panzern umzingelt. Okay, jetzt zu dieser Bystation. Dann steig doch mal hin. Oh Gott, das war's mit mir. Ja, da ist ein Gegner, da ist ein Gegner. Der kommt da gerade hoch. Gut ausgeschaltet. Jawohl. Okay, das war's mit dem Fahrzeug. Oh. Fuck. Fuck. Nein. Ja, was soll ich denn da machen? Ja, kacke. Ja, ja, mach mal ein paar Upgrades. Gut, 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 gut. Okay, hier fahren irgendwelche Verrückten noch hier rum. Ey, ich wollte fahren. Wo fährt der denn lang? Hallo. Fährt der in komplett falsche Richtung? Nein, jetzt fahr ich mal. Hier, hier vorne ist einer. Wahrscheinlich hier drin, oder? Hä? Hier wird mir angezeigt. Da. Gut, ausgeschaltet. Okay, warte mal. Ich möchte meinen Low-Dot holen. Dann. Ja, ja. Ja, hier schießt einer. Dort hinten. Dort vorne, siehst du auf der Map? Ja, das Teil ist gleich kaputt. Und weiter, rauf feuern. Fuck, wir sind gleich tot. Okay, wir sind tot. Alter. Das Teil ist kaputt. Ah, hier sind meine Waffen. Geil. Okay. Ja, Alter, was soll ich denn machen, wenn dieses Teil... Hm. Wie viel Geld hat er denn? Er hat 4.000. Er könnte einen holen. Aber er könnte auch gleich einen Panzer holen. Oder er stirbt. Warum fährt er zurück? Okay, er ist siebter. Aber auch nicht schlecht, oder? Okay, Leute. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mit diesem neuen Modus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss.